Wackeln Sie noch nicht mal mit dem Finger. Es gibt sehr viele Menschen, die sehr viel erzählen. Aber am Ende muss man auf sich selbst hören. In jenem Moment wurde Elvis, der Mensch, geopfert und Elvis, der Gott, geboren. Heute Abend werde ich euch zeigen, wie der wahre Elvis ist. Wenn ihr Angst habt, dann kommt ihr zu dem richtigen Ort. Wenn ihr Angst habt, dann kommt ihr zu meinem Gesicht. Er hatte keine Ahnung, was er getan hatte. Ich möchte Ihr Manager sein, Mr. Presley. Schon morgen wird ganz Amerika über meinen Jungen sprechen. Wer zur Hölle ist das? Elvis Presley. Wenn du das Business nicht steuerst, wird das Business dich steuern. Ich mach, was ich will. Sing die Musik, die ich will. Mama, die stecken mich ins Gefängnis. Die Art, wie du singst, ist Gott gegeben. Also kann nichts daran verkehrt sein. Wenn du nicht auf mich hörst, wäre alles, was deine Mama für dich geopfert hat, umsonst gewesen. Vertraue mir. Es gab viel Gerede über den neuen Elvis. Diese Menschen werden mich kein bisschen verändern. Ich denke, was du dir erträumst, schaffst du. Ich bin noch nie einem Menschen wie dir begegnet. Na, das hoffe ich doch. Ohne mich gäbe es keinen Elvis Presley. Ein Reverend sagte mal zu mir, wenn etwas zu gefährlich ist, um es zu sagen, dann sing. Aber das hier ist keine Nostalgie-Show. Wir machen etwas anderes. 늘 mal uns. Ich bin jetzt am Kell��터. Ich finde das. Ich bin jetzt genau. Ich bin jetzt nicht nur mit Mama. Ich Потому nichts wie sie sagen. Aber immer noch. Ich bin ja nicht erwähnt. Ich bin tatsächlich prove. Vielen Dank.